Ah! 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 Kommt immer raus! Your end, lie! Your end, lie! Chinesisch kochen in Deutschland! Halt, stopp! Guck mal hier, 1983. Das ist ja ein mega altes Buch! Ja, und das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Weißt du, damals, da haben wir geheiratet. Echt jetzt? Ja, und zwei Jahre später warst du da. Das Buch ist älter wie ich. Ja, das ist älter wie du. Oh, verrückt, dass es damals schon Bücher zu kaufen gab in Deutschland über chinesisches Essen. Ja, das war damals selbstverständlich, dass man in chinesische Restaurants gegangen ist. Hä, echt? Ja. Sollen wir was kochen aus dem Buch? Boah, guck mal leckere Fische. Vielleicht finden wir was. Ey, das sieht lecker aus. Bettlerhuhn. Bettlerhuhn sieht aus wie, was ist das? Brot? Was ist das? Kannst du mal gucken, was das ist? Bettlerhuhn. Bettlerhuhn. Tongo-Pilze. Lehmschicht. Das ist jetzt in Lehm eingepackt. Kein Brot. Sollen wir das machen? Ja, okay. Lass uns doch das machen. Machen wir Bettlerhuhn. Die Pilze mit kochendem Wasser überbrühen und 30 Minuten einweichen. Tatsiao yu-mi-ji. Tatsiao yu-mi-ji. Die Poulade innen und außen sorgfältig waschen und abtuchten. Anmau, anmau. Die Poulade innen und außen sorgfältig waschen. Frühlingszwiebeln und Ingwer hacken. Mit Korianderblättern, Zittern, Pfeffer, Nelden, Kardamon, Sojasauce, Salz und Zucker vermischen. Ein Teelöffel gemahlener Kardamon. Wo ist denn die Mühle her? Die hab ich aus der Türkei auch. War mal eine Beduinen-Kaffeemaschine. Das Huhn damit rundum dick einreiben. Mh, heng heng heng. Heng heng heng. In einer Schüssel drei Stunden ziehen lassen. Dabei ab und zu wenden und einmassieren. Für die Füllung das Schweinefleisch und die Bambusprossen in feinste Streifen schnauern. Von den Tonko-Kisten die Stiele entfernen. Die Hüte ebenfalls in Streifen teilen. Zwei Zwiebeln fein hacken. Ein altes Gruppsgerät. Mein Lieblingsgerät. Hab ich aus einem alten Haus. Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Den beiseite gelegten Ingwer mit den Zwiebeln darin anbraten. Fleisch, Tonko-Tüste und Bambusprossen zuführen. Eine Minute braten. Dann mit den restlichen Würzeln-Zutaten ablöschen. Bei starker Hütteln so lange kochen, ist fast alle Flüssigkeiten gesammelt. Diese Füllung in das Huhn stopfen. Boah. Heng siang. Döööö, two roh des siang hua. Und die Öffnung mit Zahnstochern feststecken. Kriegen wir jetzt den Ton her? Also ich war vor kurzem dabei, da haben sie ausgebaggert und haben gesucht nach einem Loch in einem See. Okay, da könnten wir tun finden. Oh seh,你要下去嗎,大哥? Ja. Ja? Wow. Wow. Oh, wow, das ist ein Tud. Oh, das ist ein Tud. Wie ist das? Oh, das ist ein Tud. Oh, das ist ein Tud. Oh, das ist ein Tud. Ah, ich bin Angst. Ah, ah, ah! Und dann noch ein paar Sachen. Das ist ja so sehr. 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 Ja, das ist ja so. So, ich habe eine große Farbe. Das ist ja so sehr. Er不 er? Er不 er? Das ist das Bapak, ihr könnt. Da ist ein paar Daerzüge. Das ist ein paar Daerzüge. Das ist alles ein bisschen einfacher. Früher war das viel Arbeit. Da hat man richtig Hunger gekriegt und heute macht man das in einen Grillofen oder in einen Dampfdrucktopf 20 Minuten. Jetzt kann ich mir das richtig vorstellen, wie gut das schmeckt. Schauen wir mal, sieht noch nicht so aus, als würde das schön gart werden. Was ist das? Das ist ein Hähnchen. Hähnchen. Da kannst du hier fassen. Das ist ein Hähnchen. Das ist ein Hähnchen. Es dampft. Na ja, so ganz ist es nicht, oder? Bei uns sind überall Risse drin. Wow. Da kommt eine Hitze raus. Hört sich auf jeden Fall nach dem Ton an. Schauen wir mal. Jetzt. Schauen wir mal. Wow. Guck mal. Ganz gut. Das zerfällt ja richtig schon. Oh, kein Ding. Schau. Hammer aus. Absolut durch. Das sah ja im ersten Moment nicht so aus. Mhm. Das zerfällt richtig auf der Zunge. Ganz locker und leicht. Hier noch auf. Mhm. Guck mal hier. Also ich verstehe nicht, warum das ein Bettlochen ist. Bettlochen heißt? Ich finde, das ist das Essen eines reichen Mannes. Das ist fantastisch. Hier noch auf. Hm. Limonero ist sehr süß. Lea, ich habe ja schon. Ich hätte nie gedacht, dass es so lecker wird. Nein. Und ich hätte nie gedacht, dass es so gar wird. In zwei Stunden, glaube ich. Also zwei Stunden, 15 Minuten. Kommt dich hier rein. Lachen. Lachen. Aber lachen. Hahaha. Zingin zu der Fahnen. Trähochschede. Wenn ihr euch gefallen habt, dann seht ihr mich. Bye-bye.